Ich fange einfach schon mal an. Es geht ja auch nochmal darum, so ein bisschen Grundlagen der Wachstumskritik, der Kritik auch am grünen Wachstum zu erörtern. Und die wachstumskritische Debatte hat ja eine alte Geschichte. Oder vielleicht fange ich nochmal anders an. Die Default Position in der modernen kapitalistischen Gesellschaft ist Wachstum, Wirtschaftswachstum. Daran gab es immer wiederkehrende kritische Debatten, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen und von euch auch kennen. Es gibt sicherlich eine der ältesten kritischen Ansätze bereits vor 200 Jahren von Thomas Malthus. Dann gab es natürlich ganz besonders bekannt die Limits to Growth von Donella und Dennis Meadows und anderen in den 70er Jahren. Dann gab es Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eine große wachstumskritische Phase. Hier auch in Deutschland, aber auch in anderen sogenannten frühenistrealisierten Ländern. Ja und jetzt haben wir ja seit einigen Jahren auch eigentlich eine inzwischen etwas abklingende, aber wachstumskritische Debatte, die ihren Ausgang genommen hat in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 und 2009 und dann auch einen Höhepunkt hatte 2012 um diese Rio plus 20 Verhandlungen. Ich glaube, weil viele von euch aus dem NGO-Kontext kommen, wie ich die Lage einschätze, ist euch das allen nicht unbekannt. Die Standardreaktion auf Wachstumskritik für die, die sich überhaupt damit auseinandersetzen, viele bügeln das gleich ab, ist, naja, wir haben ja da eine Effizienzsteigerung und mit der können wir das hinkriegen. Wir können sozusagen, statt über Grenzen des Wachstums zu reden, vom Wachstum der Grenzen sprechen, weil mit massiven Effizienzsteigerungen eine Verknappung der Ressourcen, das Ende der Aufnahmefähigkeit der Biosphäre, zum Beispiel Treibhausgase, das Problem knapp werdender Landflächen und so weiter hinausgeschoben werden können. Wenn wir aus jedem Quadratmeter Land immer mehr Ernte herausholen, also eine Effizienzsteigerung pro Menge an Boden oder fruchtbarem Boden erzielen, dann spielt es auch keine Rolle, ob wir sieben oder zehn Milliarden Erdenbürger sind oder ob wir uns viel von Fleisch ernähren oder eher weniger, denn wir können einfach die Grenzen hinausschieben, die Grenze des fruchtbaren Ackerlands, was uns zur Verfügung steht, um Lebensmittel anzubauen. Mindestens so prominent ist die Debatte natürlich im Energie- und Klimazusammenhang. Wir können einfach durch massive Effizienzsteigerungen, sowohl den Energieverbrauch, vor allen Dingen aber die Treibhausgasemissionen, so drastisch runterfahren, dass wir uns dann den Klimaschutzzielen nähern. Das Ganze, so die Befürworter der Effizienz, könne auch funktionieren, wenn wir sonst am politökonomischen Setting und auch an unseren individuellen Lebensweisen und Lebensstilen wenig verändern. Und das ist auch eines der ganz charmanten Vorteile an der Effizienzstrategie, dass sie den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmerinnen, den PolitikerInnen wenig abverlangt. Wahrscheinlich ist auch den meisten ja hier bekannt, es gibt drei sehr grundlegende Strategien, Effizienz, Suffizienz, Konsistenz, mit denen man Nachhaltigkeit erzielen kann. Konsistenz zielt quasi darauf ab, die Kreisläufe mit der Natur zu schließen, also den industriellen mit dem ökologischen Kreislauf zu schließen. Cradle to Cradle ist so ein Beispiel. Diese Debatte krankt daran, dass man das für sehr, sehr wenige Produkte zeigen kann, das aber insgesamt bei diesem irrsinnig vielfältigen Portfolio an Waren und auch Dienstleistungen, mit denen wir uns tagtäglich umgeben, vom Stuhl über den Laptop bis hin zum Auto und so weiter, völlig unklar ist, wie bei allen diesen Produkten die Kreisläufe wirklich geschlossen werden können. Die Suffizienzstrategie sagt sozusagen, weniger ist mehr, wir müssen uns einschränken, wir wollen andere Formen des Wohlstands generieren, auch eine andere Form des Zusammenlebens, andere Formen der Mobilität, andere Formen des Konsums generieren. Diese Strategie finde ich sehr charmant und ich persönlich bin der Meinung, dass da überhaupt kein Weg dran vorbeiführt, aber sie ruft nach relativ deutlicher Veränderung im individuellen Leben, aber vor allen Dingen auch in den Rahmenbedingungen, in politische und europäischen Rahmenbedingungen. Eine wirklich gelebte Suffizienz, vor allen Dingen auf systemischer Ebene, wird in einer kapitalistischen Wirtschaft nicht funktionieren. Deswegen sagen halt viele Politiker, okay, mit der Konsistenz, das ist toll, aber da haben wir noch wenig vorzuweisen. Suffizienz zu stressig, zu anstrengend, kriegen wir nicht wirklich viel gewuppt, also volle Kanne rein in die Effizienz. Die Effizienz ist dann quasi die dritte Strategie, wobei ich eigentlich ganz am Ende von meinem Input auch nochmal auf eine vierte Strategie zurückkommen will. Ich finde eigentlich diesen Dreiklang Effizienz, Suffizienz, Konsistenz nicht wirklich hinreichend. Aber auf jeden Fall deswegen ist der Vorsatz, in massive Effizienzsteigerungen zu gehen, der, der am attraktivsten ist, der, der auch am plausibelsten ist, weil da wirklich auch am meisten tatsächlich passiert, da kann man an viele, viele realpolitische Prozesse ansetzen und der, der eben Bürgerinnen, Bürgern, Politikern, Unternehmerinnen usw. am wenigsten abverlangt. Jetzt gibt es aber einen großen Hasenfuß an der ganzen Sache, nämlich, das ist ja keine neue Strategie, Effizienzsteigerungen, insbesondere auch bei der Ressourcen- und Energieeffizienz, gibt es seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, also seit Beginn der Industrialisierung. Eigentlich kann man auch den gesamten Prozess der Industrialisierung als ein massives Investitionsprogramm in technische Effizienzsteigerungen betrachten, wenn man so möchte. Auf jeden Fall aber gibt es natürlich auch umweltpolitischerseits mindestens seit den 70er Jahren Anstrengungen in Ressourcen- und Energieeffizienz zu investieren. Was ist aber dabei passiert? Es ist nicht wirklich das eingedreht, was man sich erhofft hat, dass man durch die Effizienzsteigerungen wirklich die absoluten Verbräuche reduzieren kann. Man kann zwar ein bisschen die Grenzen hinausschieben, also das, was ich vorher gesagt habe, ist tatsächlich beobachtbar, aber da wir auf einem Niveau leben, wo es nicht darum geht, ein bisschen die Grenzen hinausschieben, sondern die absoluten Verbräuche von Energie, von Ressourcen und vor allem auch von Treibhausgasemissionen radikal runterzufahren, reicht diese Strategie bisher nicht aus. Hier zeige ich mal eine Grafik, wie man sieht, oh, das ist eine extrem schlechte Auflösung. Also die Grafik in der Mitte, ich sage schon mal, was sie zeigt, und dann könnt ihr das nachvollziehen, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Gut zuhören. Also der Energieverbrauch, und diese Grafik zeigt Energieverbrauch in verschiedenen Weltregionen, einmal auf Weltebene, einmal auf, ich glaube, OECD-Ebene, und das Wirtschaftswachstum, also BIP, diese Grafik der Energieintensität, also des Einsatzes von Energieverbrauch pro Wertschöpfungseinheit, pro BIP, pro Euro, pro Dollar, geht deutlich nach unten. Also unsere Wirtschaft wird weniger energieintensiv. Das liegt zum einen, okay, auch an der Tertiarisierung, also dass wir mehr Dienstleistungen konsumieren heute und weniger Waren und Produkte, anteilsmäßig am BIP. Aber es liegt auch daran, dass eben in Effizienzsteigerungen investiert wird. Zum einen durch politische Maßnahmen, zum anderen aber auch einfach, weil sich das für Unternehmerinnen und Unternehmer rechnet. Weil das dann eine Form der Kostenreduktion im Unternehmen auch sein kann, oder in der Volkswirtschaft. Also die Energieintensität ist deutlich rückläufig. Das sehen wir jetzt. Hey, da ist sie. Super. Energieintensität ist deutlich rückläufig. Aber was nicht, also hier sehen wir es für verschiedene Weltregionen, also weltweit ohne Sowjetunion, dann USA, EU 15, Japan und ähnliches. Bei allen diesen Ländergruppen ist die Intensität der Energienutzung pro Wertschöpfungseinheit rückläufig. So, und jetzt sehen wir aber hier einen Ausschnitt aus vielen Ländern, wo dann der absolute Energieverbrauch, die rote Kurve, mit dem jeweils nationalen BIP abgezeichnet wird. Und wir sehen hier eine sehr, sehr deutliche Kopplung. Also nehmen wir mal an China zum Beispiel hier. In China sieht man, dass die Energieverbrauchs- und die Wirtschaftswachstumskurve nahezu gleichgeschaltet sind. In vielen anderen Ländern sieht man das auch. Italien zum Beispiel hier. Und dann sieht man hier die Bässe um die Wirtschaftskrise, wo das BIP runterging und auch der Energieverbrauch runterging 2009. Man sieht es hier in Spanien. In der Sowjetunion sind die Kurven etwas anders. Das heißt, weil die vorher sehr viele Drecksschleudern dort stehen hatten, eine relativ extrem energieintensive Wirtschaft hatten, ist dann nach dem Fall des Eisernen Vorhangs der Energieverbrauch deutlich weniger angestiegen als das Wirtschaftswachstum. Aber man sieht auch trotzdem hier eine Kopplung, weil in der Wirtschafts- und Finanzkrise auch der Knick in beiden Kurven sichtbar ist. Oben links ist Deutschland. Deutschland ist sicherlich da in Anführungsstrichen der Musterknabe, der Einäugige unter den Blinden. Also man sieht, dass das Wirtschaftswachstum immerhin ansteigt und der Energieverbrauch quasi konstant bleibt. Über einige Jahre sogar latent rückläufig war. Aber das ist inzwischen, wenn man jetzt etwas neuere Grafiken hat, auch nicht mehr der Fall. Hier sehen wir also, was am Werke ist. Die Effizienz steigt deutlich an. Also diese Strategie ist umsetzbar und wird praktiziert. Aber sie führt nicht dazu, dass die absoluten Verbräuche rückläufig sind. Stattdessen sehen wir eine Kopplung an das Wohlstandsniveau, an das Einkommensniveau eines Landes, an das BIP. Und der viel beschworene Satz von der Entkopplung, also dass es doch gelingen müsste mittels Effizienzsteigerungen, dass die Energie- und Ressourcenverbräuche radikal runterzufahren, während gleichzeitig das Wachstum dann noch gerne noch weitergehen könnte, dass dies zumindest in den vergangenen Jahrzehnten nicht beobachtet werden kann. Einer der Gründe, warum das so gekommen ist, ist der Rebound-Effekt. Der Rebound-Effekt ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber ich glaube, es ist einer der wichtigsten Gründe. Und in der ganzen Debatte rund um grünes Wachstum versus Postwachstum und Degrowth, also in dieser Auseinandersetzungen, geht das, dass wir eine Entkopplung anstreben und hinbekommen oder müssen wir eher etwas grundlegender an den systemischen Rahmenbedingungen und auch an unseren Lebensweisen ändern. In dieser Debatte ist der Rebound-Effekt sicherlich einer der wesentlichen Gründe. Und vielleicht noch ein Wort, bevor ich weiterklicke. Diese Effizienzstrategie ist auch immer wieder in der politischen Diskussion eine Antwort auf Angriffe seitens des wachstumskritischen Lagers gewesen. Das hat man schon in den 70er Jahren gesehen, als die Grenzen des Wachstums, Limits to Growth, der Report, rauskam. Wurden also viele, viele Bücher und auch politische und öffentliche Diskussionen im Nachgang veröffentlicht und geführt, die gesagt haben, lasst uns jetzt den Weg der Effizienz einschlagen, wir müssen massiv in Energieeffizienz investieren. Amory Lovins zum Beispiel mit seinem berühmten Buch Soft Energy Paths in Amerika 1977, glaube ich, hat wenige Jahre nach dem Erscheinen des Limits to Growth Stiledebatte angestoßen. Das Gleiche können wir sehen in der Debatte in den 90er Jahren, die in Deutschland und anderswo geführt wurde und wo Wachstumskritiker gesagt haben, wir müssen grundlegender was ändern und dann als Antwort die Effizienz kam. Und ganz aktuell sieht man das auch, das Stichwort Digitalisierung hat Herr Mayer schon ein paar Mal genannt, ganz aktuell sieht man das eben auch in der Digitalisierungsdiskussion jetzt, die ja sehr stark zwischen Hype und Hysterie schwankt, aber wo sozusagen Anhänger der Effizienzstrategie sagen, mit den digitalen Tools haben wir so viele Möglichkeiten, Produktion, Konsum, Kommunikation, Mobilität effizienter zu machen, radikal effizienter zu organisieren, sodass dann vielleicht doch eine Entkopplung möglich ist. Alle diese Debatten haben den Rebound-Effekt nicht auf dem Schirm. Ich klicke direkt weiter, diese Grafik zeigt eigentlich nur nochmal vergrößert, was wir uns eben gerade angeguckt haben, die Koppelung der verschiedenen Kurven. Ja, für die, die es noch nicht kennen, ich weiß nicht, wer ist schon mit dem Funktionsmechanismus des Rebound-Effekts vertraut? Wahrscheinlich doch recht viele. Alle, super, dann kann ich mir das eigentlich sparen. Produktinnovation, Einsparpotenzial wäre das hier, aber was passiert, wenn wir mehr nachfragen? Dann wird das Einsparpotenzial durch Rebound-Effekte wieder aufgefressen. Die Rebound-Diskussion geht zurück auf einen Ökonomen, William Stanley Jevins, der dieses Phänomen bereits in den 60er Jahren des vorletzten Jahrhunderts entdeckt hatte und den berühmten Satz gesagt hat, es ist eben eine Verdrehung der Tatsachen anzunehmen, dass der immer sparsamere Einsatz von Ressourcen, in dem Fall sprach er über Kohle, zu einer absoluten Einsparung führt, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Je sparsamer wir, also je effizienter, könnte man das heute ausdrücken, je effizienter wir Energieressourcen vor allen Dingen einsetzen, desto mehr werden wir sie verbrauchen. Das ist ein Phänomen, was man Backfire nennt, also das wäre quasi der Anstieg des Verbrauchsniveaus über das Ausgangsniveau hinaus, obwohl wir eigentlich mit der Effizienz einsparen wollen. Backfire ist sicherlich nicht immer die Norm, aber Jevins hat schon entdeckt, dass vor allen Dingen auf der Makro-Ebene, auf der Volks- oder Volkswirtschaftlichen, auf der Weltebene, zumindest in seiner Zeit damals, und das gilt bestimmt für einige Bereiche heute, auch immer noch Backfire zu beobachten ist. Ich werde jetzt hier ein bisschen, weil die Theresa mir gesagt hat, obwohl jetzt alle schon Rebound-Effekt kennen hier im Raum, Theresa hatte mir eigentlich gesagt, ich soll über Rebound-Effekt reden und nicht so viel über andere Sachen, werde ich jetzt so ein bisschen die verschiedenen Typen von Rebound-Effekten durchreiten. Das hat den Grund, um darzustellen, dass das Phänomen sehr komplex ist und sehr viele Facetten unseres Lebens und auch von entsprechenden politischen Maßnahmen, die man ergreifen kann oder müsste, um Rebound-Effekte einzudämmen, dass das sehr viele verschiedene Aspekte anspricht. Der bekannteste Aspekt, den sicherlich alle schon kennen, ist der finanzielle Rebound-Effekt. Da geht es darum, dass man mithilfe von Effizienzmaßnahmen schlichtweg Geld einspart. Es kommt, wie Ökonomen sagen, zu realen Einkommensgewinnen, wenn wir statt konventionelle Glühbirnen im Haushalt überall LED-Lampen reinschrauben, weil unsere Stromrechnung dann sinkt. Dann haben wir einfach am Ende des Monats mehr Geld zur Verfügung. Kann natürlich sein, dass die LED-Birnen in der Anschaffung etwas teurer waren. Die Kapitalkosten am Anfang sind etwas höher. Das amortisiert sich aber über die Laufzeit der Glühbirne, teilweise sehr, sehr schnell, teilweise vielleicht erst nach einigen Jahren, je nachdem, welche Aspekte man betrachtet. Und dann kommt es zu realen Einkommensgewinnen. Das heißt, wir haben Geld übrig, salopp gesagt. Das können wir für verschiedenste Sachen ausgeben. Was wir damit machen, entscheidet dann über die Höhe der Rebound-Effekte. Wenn wir das Licht einfach, wenn wir, sagen wir mal, mit einer LED-Lampe 90% Strom einsparen gegenüber einer konventionellen Glühbirne, aber vielleicht doppelt so viele Glühbirnen reindrehen, dann haben wir einen Rebound-Effekt von ungefähr 50%. Das heißt, die Hälfte dieser Energieansparung ist dadurch aufgefressen, dass wir jetzt mehr LED-Lampen betreiben oder sie länger brennen lassen oder ähnliches. Wenn wir mit dem übrig gebliebenen Geld andere Sachen machen, uns zum Beispiel ein iPhone kaufen oder sonst wie, dann werden die Rebound-Effekte entsprechend ausfallen, so wie hoch die Energie- oder Ressourcenintensität dieser alternativen Produkte ist. Es gibt aber neben diesen rein finanziellen Rebound-Effekten auch verschiedenste Typen psychologischer Rebound-Effekte. Ich will hier nur mal zwei hervorheben. Der eine, den nenne ich den Moral-Licensing-Effekt. Das ist auch ein Effekt, der in der Psychologie schon ewig bekannt ist und auch nicht aus der Rebound-Forschung kommt, der, wie ich aber meine, in der Rebound-Forschung ganz klar zum Tragen kommt. Also wir haben eine Drecksschleuder, zum Beispiel einen alten Kühlschrank, und sagen uns jetzt, der sollte doch mal durch einen effizienteren ersetzt werden. Dann fühlen sich viele Menschen legitimiert, zu sagen, okay, wenn ich jetzt schon investiere in den A++-Kühlschrank, dann kann ich mir auch endlich mal einen größeren leisten, vielleicht sogar einen mit Eisspender oder sonst welchen Facilities dran. Und das ist ja okay, weil ich ja jetzt extra meine Drecksschleuder abstelle. Also die moralische Legitimation, aufgrund der Effizienzsteigerung, eine Mehrnachfrage zu tätigen, denn klar ist ja, selbst wenn der A++ ist, der Kühlschrank, verbraucht er natürlich insgesamt mehr, vielleicht nicht in absoluten Zahlen, mehr als dieser, das sei dahingestellt, aber er verbraucht mehr, weil wir jetzt einfach mehr Sachen runterkühlen, weil wir mehr Luft in diesem Kühlschrank runterkühlen, weil wir zusätzliche Funktionen haben, die wir vorher nicht hatten. Moral Licensing-Effekt. Ein zweiter Effekt nenne ich Moral Leaking-Effekt. Viele Menschen sind vielleicht nicht so drauf, dass sie sagen, okay, jetzt darf ich auch mal die Sau rauslassen, weil ich hier eine Effizienz investiert habe, aber die Motivation, sich weiter anzustrengen oder auf sein Verhalten zu achten, schwindet, wenn man in effiziente Technologien investiert hat. Ein Beispiel ist der Verkehr, in diesem Fall hier, der auch, wie uns die Werbung ja teilweise suggeriert, dann sagt, okay, wenn ihr euch ein Hybridauto kauft oder ein Elektroauto oder ein Drei-Liter-Auto oder sonst wie, dann müsst ihr weniger darauf achten, was ihr dann mit diesem Auto macht. Das heißt, es sind vielleicht nicht jeder Käufer oder jede Käuferin ist dann nicht unbedingt unterwegs und sagt, jetzt darf ich aber auch richtig, sondern es fühlt sich einfach so an, dass man seinen Beitrag geleistet hat und man verschiebt damit die Verantwortung auf andere Akteure, die sich bitteschön anstrengen sollen, wenn jetzt noch weitere Einsparungen vonnöten sein sollten. Also zum Beispiel sind viele Käufer von effizienten Autos der Meinung, dass sie ihren maximalen Beitrag geleistet haben und dass, wenn es jetzt darum geht, noch mehr einzusparen im Verkehrsbereich, dann müssten halt die Autofirmen noch sparsamere Autos anbieten. Da gibt es schöne Umfragen zum Beispiel aus einer Rebound-Studie in der Schweiz, wo das so dargestellt werden konnte. Ja, es gibt noch ganz andere Rebound-Effekte neben dem finanziellen und den verschiedenen psychologischen, von denen ich ja jetzt hier nur zwei genannt habe, nämlich Zeit-Rebound-Effekte. Also wir nutzen ja auch Effizienzsteigerungen in technischer Art, um unser Leben schneller zu organisieren. Ich finde digitale Tools, wie jetzt so ein Smartphone, ist ein gutes Beispiel. Wir können also mit dem Smartphone unseren Alltag ganz anders gestalten, wesentlich mehr Aktivitäten, parallel, Multitasking, nacheinander, asynchron, miteinander organisieren und uns, salopp gesagt, mehr Aktivitäten in den Tag packen. Das muss nicht unbedingt zu Rebound-Effekten führen. Bei den Lebensstilen, die wir aber praktizieren, die sehr mobilitätsintensiv sind, wird es das mit hoher Wahrscheinlichkeit schon. Das heißt, das Gegenteil vom Ich spare mithilfe von zeitsparenden Technologien wie so ein Smartphone Zeit wirklich ein, um dann am Strand zu chillen oder wir haben hier in Berlin keinen Strand, vielleicht am Wannsee oder im Winter im Café wenigstens, ist das Aktivitätslevel hochzufahren, die sogenannte Beschleunigung des Lebenstempos damit zu vollziehen und immer mehr Aktivitäten in den Tag reinzupacken, die auf die ein oder andere Weise auch Energie verbrauchen werden. Besonders, wenn sie mit Mobilität verbunden sind, wenn wir uns an so einem Abend statt mit einer Person drei Stunden, mit fünf Personen jeweils eine Viertelstunde treffen und dann von Kaffee zu Kaffee wechseln, um unsere Sozialkontakte zu maximieren und auch sozusagen unseren Likes auf Facebook irgendwie Rechnung zu tragen, dann wird das natürlich mit Energieverbräuchen verbunden sein. Ja, es gibt natürlich nicht nur Rebound-Effekte, weil wir bewusst anders handeln, sondern es gibt auch, ich nenne das jetzt mal marketingbedingte Rebound-Effekte. Also es gibt natürlich eben, habt ihr das ja schon gesehen bei dem Toyota-Auto, es gibt natürlich auch verschiedenste Kommunikationstrategien von Unternehmen und auch sogar von Regierungen, da komme ich gleich drauf, die uns Rebound-Effekte nachgerade nahe legen. Diese Kampagne wurde tatsächlich gemacht, das ist kein Witz, von Tesco und der Supermarktkette in Großbritannien, die also damit geworben haben, es ist schon ein bisschen älter, da gab es noch diese erste Generation der Energiesparlampen, die gibt es ja zum Glück kaum noch, die gesagt haben, jeder, der so eine Energiesparlampe kauft, kriegt 60 Flugmeilen angerechnet und wenn man also dann sich 10, 20 solcher Lampen gekauft hat, dann kann man vielleicht einmal von London nach Paris fliegen oder ähnliches mit Flugmeilen. Klar ist natürlich, dass dieser Flug dann dermaßen deutlich energieintensiver ist, als wenn wir die konventionellen Glühbirnen drin gelassen hätten, also hier wird quasi Backfire propagiert. Ein anderes Beispiel ist dieses Ding hier, vor zwei Jahren von der Bundesregierung gefahren worden, wahrscheinlich kennen einige das und der BUND hat dann sehr schön dazu gefügt, Suffizienz wäre es, auf der Couch sitzen zu bleiben. Also die Werbung suggeriert uns, wenn wir unser Haus dämmen, dann können wir an anderer Stelle auch die Sau rauslassen, zum Beispiel zum Mond fliegen, jedenfalls bei der Mobilität nicht mehr darauf achten, dass wir uns da vielleicht möglichst effizient verhalten. Das geht jetzt schon so ein bisschen über in industrielle oder unternehmensseitige Rebound-Effekte, weil natürlich Marketing im Wesentlichen ein Instrument ist, was Unternehmen vorantreiben. Zunächst auf den beiden vorherigen Bildern, Unternehmen oder regierungsseitig, mit Adressierung an den Konsumenten. Was ich jetzt hier zeige, ist ein Bild aus der Produktion und zwar gibt es Redesigning Product Rebounds, wie ich die nenne. Das heißt, Unternehmen antizipieren bereits, dass finanzielle Einsparungen auf Konsumenten- oder Konsumentinnen-Seite realisiert werden und schöpfen die durch anders geartete Produktangebote im Vorfeld ab. Hier sieht man jetzt einen klassischen VW Käfer, wiegt 730 Kilo, 30 PS unter der Haube, 110 kmh, verbraucht 7,5 Liter auf 100 Kilometer. 50 Jahre später, also 50 Jahre deutsche Ingenieurskunst, VW New Beetle, 1200 Kilo, die Dinger fahren jetzt schon wesentlich mehr als 160 kmh. Also das war noch der, sozusagen der erste Generation VW Beetle. Und der Verbrauch mit 7,1 Liter ist praktisch identisch, also minimale Einsparungen. Das liegt daran, dass das Ding eben schwerer ist, eine Air Condition hat, mehr Facilities, schneller fährt, einen anderen Motor hat, der einfach auch bei dieser Best-of-Geschwindigkeit von 80, 90 kmh schon im Grundrhythmus mehr verbraucht und so weiter. Das heißt, die Konsumentinnen haben hier gar nicht mehr die Möglichkeit eigentlich noch obendrauf finanzielle Rebound-Effekte zu tätigen, weil sie fahren mit dem Auto gar nicht energiespannter als vorher. Das Ding ist aber wesentlich effizienter als der linke VW-Käfer, weil auf derselben Strecke das anderthalbfache oder mehr sogar als noch das an Kilos über die Straße bewegt wird. Ja, wir haben noch ganz andere industrielle Rebound-Effekte, das war ein Beispiel aus der Autobranche, was ja im Moment sehr stark diskutiert wird, ist das Konzept Industrie 4.0, wo es also darum geht, in Smart Factories, wo also Fabriken so stark durchdigitalisiert werden, dass die Maschinen auch untereinander kommunizieren, sogenannte cyberphysische Systeme entstehen, teilweise auch die Zwischen- und Fertigprodukte mit den Maschinen kommunizieren, beispielsweise mit RFID-Tags oder ähnlichem und auch wiederum die Fabriken alle untereinander dann noch stärker vernetzt werden, also Konzept Industrie 4.0. Was steckt dahinter? Dahinter ist im Wesentlichen das Ziel, die Performance der deutschen Wirtschaft aufrecht zu erhalten oder sogar noch zu steigern, aber es wird immer mit kommuniziert, dass man dabei ja auch gleichzeitig noch Energie- und Ressourceneffizienzsteigerung erzielt, also sei das gut für die Umwelt, für Klimaschutz zum Beispiel, aber wenn die Erfahrung zeigt einfach, wenn Performance-Steigerungen bei der Kapitalproduktivität, bei der Arbeitsproduktivität, auch bei der Energieproduktivität, also bei der Energieeffizienz in der Industrie erzeugt werden, ohne dass irgendwelche Rahmenbedingungen geändert werden, dann wird das übersetzt werden in ein Wirtschaftswachstum, also in Output-Steigerungen von diesen entsprechenden Sektoren und dann würden diese Einsparpotenziale durch Rebound-Effekte aufgefressen, gerade im Bereich Unternehmen, weil Unternehmen qua Definition natürlich am stärksten wie der idealtypische Homo economicus funktionieren, mehr noch als KonsumentInnen, gerade bei Unternehmen zeigt sich, dass Rebound-Effekte besonders hoch sind, also dass regelmäßig ein Großteil der Einsparpotenziale aufgefressen wird, dasselbe erwarten wir für den Bereich Smart Factories und Industrie 4.0. Ja, man könnte das jetzt noch durchspielen auf Sektoren, ich springe da aber jetzt mal drüber hinweg. Ich will noch zwei strukturelle Rebound-Effekte nennen. Strukturell heißt hier, dass es weder jetzt angebotseitig durch Unternehmen hervorgerufen wird, noch direkte Maße durch KonsumentInnen, sondern einfach durch die Raum- und Zeitinfrastrukturen, also die temporalen und die räumlichen Infrastrukturen, die uns umgeben, hervorgerufen wird. Ich weiß nicht, wer dieses Gebäude kennt, wahrscheinlich viele von euch, denn da haben zuletzt ein paar NGOs drin gesessen, das ist der Schiffbauer Damm, das ist leider abgerissen, es war eine wunderbare Platte, nicht ganz so schön wie an der Karl-Marx-Allee, aber auf jeden Fall auch, ich glaube, es stand sogar unter Denkmalschutz, wurde trotzdem abgerissen. Zuletzt hatte zum Beispiel Germanwatch sein Büro da drin. Dieses Gebäude war zu DDR-Zeit Sitz des Ostdeutschen Umweltministeriums und wurde dann nach der Wende für einige Jahre in der Zwischenzeit mal Ministerium des BMU, also des geeinten Deutschlands und hier sieht man, wie sich die Parkplätze verändert haben. Also der hintere, das hat ein Kollege von mir von Germanwatch das Foto aus dem Fenster gemacht, das sind hier MFU, das sind die kleinen Parkplätze für die Trabis zu DDR-Zeiten und dann, als das BMU eingezogen ist, das sind natürlich größere Dienstwagen vonnöten, da hat man also die Parkplätze erweitert und hier ein BMU dann ein größeres Feld markiert, um dort die schönen großen Karossen zu parken. Ist jetzt ein bisschen ein witziges Beispiel für räumlich bedingte Infrastrukturen, die Rebound-Effekte generieren oder zumindest ihnen Vorschub leisten. Ich glaube, es lassen sich viele andere Beispiele dafür finden, wie die Infrastrukturen, die Mobilitätsinfrastrukturen, die uns umgeben, auch die Shopping- Konsuminfrastrukturen zum Beispiel, ermöglichen oder nachgerade nahe legen, dass wir Rebound-Effekte zeitigen. Das Zweite, auch zum Beispiel auf temporale Infrastrukturen bezogen, ich habe ja eben schon die Zeit-Rebound-Effekte dargestellt, also wir nutzen Effizienzsteigerungen der Technologien, um unser Leben schneller zu organisieren, um uns mehr Aktivitäten in den Tag zu packen, aber das tun ja nicht nur wir, sondern insgesamt die Rahmenbedingungen ändern sich, auch die Gesellschaft als Ganze wird schneller, es findet das, was Hartmut Rosa soziale Beschleunigung nennt, statt und das verlangt uns allen auch widerständig mehr ab, also alleine nur, um sozusagen auf der geraden Ebene zu bleiben, um den Status Quo zu halten, müssen wir uns in der Regel beschleunigen, weil unser Umfeld uns diesen steigenden Leistungsdruck abverlangt und das wiederum leistet Rebound-Effekten Vorschub. Ja, ich ziehe mal ein erstes Zwischenfazit, ich habe mir sehr viele Studien angeguckt zu Rebound-Effekten, vor allen Dingen in meiner Promotion, ich zeige euch gleich noch zwei Bücher, die ich zum Rebound-Effekt geschrieben habe, eins davon ist meine DISS und in meiner Promotion habe ich mir so unzählige Einzelstudien angeguckt zum Rebound-Effekt, die meisten dieser Studien betrachten erstmal nur die finanziellen Rebound-Effekte, es gibt also weit über 150 Rebound-Studien, die sich alle nur finanzielle Rebound-Effekte angucken, sowohl direkte als auch indirekte Rebound-Effekte, die psychologischen, die strukturellen sind noch relativ wenig untersucht worden und wenn überhaupt nur auf konzeptioneller theoretischer Ebene, das verleitet mich daher zu der vorsichtigen Einschätzung von so einer Faustformel 50-50, also ich würde mal davon ausgehen, dass im Durchschnitt der Energie und vielleicht auch Ressourcen, aber ich beziehe mich hier mal auf Energieeffizienzsteigerung, im Durchschnitt der Energieeffizienzsteigerung beispielsweise eines Landes wie Deutschland, 50% dieses Einsparpotenzial mindestens durch Rebound-Effekte aufgefressen wird. Die Studien, wenn man sie sich anguckt, die gehen davon aus, dass im Verkehrsbereich, im Bereich Gebäudeheizung und Kühlung, im Bereich Elektrogeräte auf Seiten der KonsumentInnen Rebound-Effekte so ungefähr 10 bis 30% betragen. Das verleitet einige dazu, zu sagen, naja, kommt das mit den Rebound-Effekten, die gibt es zwar, aber so groß sind die nicht, aber das ist dann eine sehr einseitige und auch vorschnelle Einengung der Thematik auf die reinen KonsumentInnen seitigen Rebound-Effekte, also die betragen ungefähr 10 bis 30%, dazu kommen aber eben die psychologischen und die strukturellen, die noch nicht gemessen worden sind und dazu kommen noch die industriellen und unternehmensseitigen Rebound-Effekte, die ich ja dargestellt habe, die teilweise schon gemessen wurden und zu Rebound-Effekten kommen, sodass man also mit dieser Faustformel 50-50 auf jeden Fall eher im unteren Bereich sein wird. Was aber heißt das jetzt, wenn 50% des Einspareffekts aufgefressen wird? Das heißt, dass im Grunde genau das zu sehen ist, was in dieser Deutschland-Grafik oben links in der Ecke zu sehen war. Ja, es ist möglich, eine relative Entkoppelung zu erzielen, also, dass das Wachstum weitergeht und die Energieverbräuche nicht im gleichen Maße so stark steigen, wie man das bei fast anderen Ländern gesehen hat. Also, ich bin durchaus der Meinung, dass wir mit massiven Effizienzsteigerungen relative Entkopplung hinkriegen könnten. Das reicht aber nicht aus, weil relative Entkopplung ist allenfalls heute noch eine Strategie für die sogenannten Least Developed Countries. Selbst Länder wie China, Brasilien, Südafrika und so weiter müssen dringend absolut entkoppeln. Wir sowieso, also wir müssen, wenn es so sein sollte, dass das Wachstum weiter hoch geht, da müssten die Verbräuche radikal runtergehen zur gleichen Zeit und das ist bei einem Rebound-Effekt in Summe von mindestens 50% nicht zu sehen. Ich bringe nochmal diese Grafik. Also, was man hier sieht, ist eine relative Entkopplung geringem Maße. Das wäre eine hinreichende absolute Entkopplung auf Verbräuche, die weit nicht unter Null gehen. Wir sehen ja, hier ist eine Indizierung auf der linken Seite. Also, die deutlich runtergehen, Energiebereich wird ja selbst von der Bundesregierung angenommen, dass wenn wir das Ziel 100% Erneuerbare schaffen wollen bis 2050 und eigentlich müsste man an dieser Zahl schon längst wieder nachkorrigieren, weil das sind alles Zahlen vor Paris, also wir müssen das Ziel 100% Erneuerer wesentlich früher als 2050 schaffen, aber selbst wenn wir das schaffen wollen, dann müssten die Energieverbräuche in absoluten Zahlen auf die Hälfte sinken, um 50% zurückgehen. Das heißt, das wäre eine hinreichende absolute Entkoppelung und die wird eben zum großen Teil durch Rebound-Effekte vereitelt. Jetzt vielleicht noch ein paar Schlussfolgerungen, was heißt das für Politiken und Maßnahmen und ich glaube, es ist sehr vielfältig, was man daraus Schlussfolgerungen kann, ich will hier nur einige nennen, also das Mindeste ist ja erstmal, dass man technische Effizienzstandards für Kühlschränke A++ oder ähnliches, für Automobile und so weiter dynamisiert, das heißt, das ist nicht so wie wir das jetzt in der Bundesrepublik sehen, einmal 2007 die Meseberger Schlüsse werden gefasst und dann passiert erstmal zehn Jahre lang nichts mehr und im Jahr 2017 wundern sich alle, ups, die 40% Einsparung bis 2020 schaffen wir leider nicht, sondern mindestens muss natürlich eine Dynamisierung eingebaut werden, eine zeitliche, sodass das, was an Effizienzstandard erreicht wurde, in zwei Jahren schon wieder eigentlich eher die unterste Kante ist und neuere Standards aufgelegt werden. Damit wird man aber Rebound-Effekten nicht Einhalt gebieten, sondern man wird sie vielleicht sogar auch erstmal sogar noch anheizen. Trotzdem entwickelt man da eine positive Spirale. Das zweite, was sicherlich ein gutes Instrument ist, um finanzielle Rebound-Effekte, also diese potenziellen realen Einkommensgewinne zu vereiteln, ist Ökosteuern einzuführen. Ernst-Urlich von Weizsäcker, kennen wahrscheinlich viele, einer der Granden der Umweltpolitik und auch Umweltforschung in Deutschland, hatte er ja so zwei Riesenthemen in seinem Leben. Das eine war die Effizienzrevolution, zum Beispiel in Büchern wie Faktor 4 und so weiter ausgedrückt. Das andere war die Ökosteuer. Ernst hat ja 20 Jahre lang für die Ökosteuer gekämpft und in seinem letzten Buch Faktor 5, was er geschrieben hat, bringt er diese beiden Themen zusammen und sagt, okay, ich habe das mittlerweile kapiert, dass mit der Effizienzrevolution ist auch mit dem Pferdefuß behaftet, nämlich dem Rebound-Effekt. Das heißt, ich bringe meine beiden Lebensthemen zusammen, Effizienzrevolution und Ökosteuer und das wird es bringen. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Vorschlag zu sagen, es müsste die Ökosteuer Höhe äquivalent zu den Effizienzeinsparungen ansteigen. Also wenn ein Land wie Deutschland im Schnitt im Jahr zwei Prozent Energieeffizienzsteiger realisiert hätte, müssten eigentlich die Energiepreise mittels Steuererhöhungen um zwei Prozent mindestens ansteigen, damit sozusagen kein Geld übrig bleibt, was wir in anderen Konsum und so weiter stecken können. Ja, auf jeden Fall ein wichtiges Instrument, denke ich, gerade wenn wir uns die psychologischen Rebound-Effekte und die Zeit-Rebound-Effekte und anderes angucken, also die, die eher durch softe Faktoren bedingt sind, ist Rebound-Effekte in Nachhaltigkeitskommunikation einbinden. Ich würde das auch nicht nur irgendwie den Regierungen oder so überlassen, sondern ich finde, dass es auch eine wichtige Aufgabe ist für NGOs in der Kommunikation auf so etwas wie Rebound-Effekte hinzuweisen und Menschen zu erreichen, die sich schlichtweg darüber keine Gedanken machen. Viele Menschen glauben ja schon, wenn sie sich einen wassersparenden Duschkopf kaufen oder eine LED-Lampe, das sei Suffizienz. Das glauben wirklich viele Leute, dass sie damit wirklich was verändert hätten und sich selber auch zurückgenommen hätten und ihre Bedürfnisse reflektiert hätten und so weiter, wenn sie eine LED-Lampe haben, weil die ja vielleicht nicht ganz so schönes Licht macht wie eine Konventionelle oder so. Das heißt, hier einfach auch in der Kommunikation, auch in der Bildung, in der Umweltbildung zu helfen, dass unterschieden werden kann zwischen effizienten Technologien und was das wiederum verursacht bei uns und dass wir dem so etwas wie Suffizienz entgegenhalten müssen, halte ich für eine ganz wichtige Maßnahme. Ja, und dann habe ich ja anfänglich angekündigt, eigentlich ist dieser Dreischritt Effizienz, Konsistenz, Suffizienz nicht hinreichend, es sei denn, man definiert Suffizienz so groß, dass man da das komplette Programm von Degrowth drunter fasst, was ich jetzt irgendwie nicht zielführend finde, weil die Suffizienzdebatte ist einfach schon sehr viel älter und kommt eigentlich aus einer 2000 Jahre alten philosophischen Debatte über das gute Leben, aber auf jeden Fall würde ich diesem Dreischritt noch einen vierten hinzufügen, nämlich absolute Caps definieren, also eine Begrenzung des Wachstums. Ich fände es am praktischsten, wenn man das gleich bei den Energierohstoffen machen würde, also Energy Caps zum Beispiel auf den Verbrauch von Primärenergie, aber es gibt sicherlich viele Ansatzpunkte, um Degrowth-Strategien ins Werk zu setzen. Auf jeden Fall würde ich noch mal als Ende diesen Leitsatz mitgeben, mit dem ich sicherlich im Saal hier nicht alleine stehe, aber der noch mal abrunden soll, warum diese Rebound-Debatte in dieser Diskussion um Green Growth versus Degrowth so wichtig ist, erst wenn die Wirtschaft aufhört zu wachsen, also wenn wir es schaffen, auch das Wachstum, das BIP-Wachstum, das Einkommenswachstum und vor allen Dingen natürlich das Wachstum der Nachfrage nach Energie- und Ressourcenverbräuchen einzudämmen, dann werden Effizienzsteigerungen bei den Technologien ihr Einsparpotenzial realisieren. Ja, hier noch mal ein Ausblick auf zwei Bücher, die ich geschrieben habe, links meine Dissertation, rechts so ein Sammelband, für die, die es etwas genauer wissen wollen und der Steffen Lange, der jetzt hier auch vorne sitzt, noch heute Nachmittag zu ersprechen wird und ich, wir haben jetzt gerade kürzlich ein Buch fertiggestellt, was auch viel über Rebound-Effekte geht, aber weiter ist, wir untersuchen diesen ganzen Megatrend der Digitalisierung und da spielen auf den verschiedensten Ebenen Rebound-Effekte auch eine Rolle, also falls sich einige für euch sowohl für Digitalisierung als auch für Rebound interessieren, ist das sicherlich auch ein interessantes Buch. Vielen Dank.